Das Spiel Warre wurde 1919 von dem österreichischen Anthropologen Felix von Lushan als eine Manchala-Variante beschrieben, die in den überwiegend von Afroamerikanern bewohnten Bundesstaaten im Süden der USA gespielt wird. Er beobachtete es mehrfach an den Ufern des Mississippi River in Louisiana. In New Orleans wurde ihm erzählt, dass es von Fabigen nach San Francisco gebracht wurde. Die Regeln des Spiels wurden von Lushan nicht überliefert und niemand scheint das Spiel bisher wissenschaftlich untersucht zu haben. Warre steht wahrscheinlich mit Artefakten in Verbindung, die meist auf ehemaligen Plantagen gefunden wurden und die, wie vermutet wird, dazu dienten eine Manchala-Variante zu spielen. Dies sind in Louisiana Knöpfe und Oakley Plantation und auf mehreren Plantagen in Virginia sowie dem Robinson House und der Nashside im Menaces National Battlefield Park bei Washington. Die c. polierte Glas- und Keramikfragmente, ähnlich geformte Fragmente aus englischen Tonwaren des 18. Jahrhunderts sind auch bei afroamerikanischen Fundstellen auf Jamaika gefunden worden. Das war's fürмерete ein paar Möglichkeiten. Vielen Dank.